Superman! Ich kann fliegen! Du kannst doch nicht fliegen. Na klar kann ich fliegen. Ich beweise es dir. Entschuldigen Sie, können Sie mir kurz einen Gefallen tun? Sie müssen nur einmal ganz kurz was filmen. Ja, ich filme. Ja, Sie filmen was. Dann kommen Sie mal ganz kurz hier mit rüber. Wir drehen so einen kleinen Clip für meinen Chef. So Superman, passen Sie auf. Sie stellen sich hier hin, wo ich stehe und filme einmal hier oben aufs Gebäude. Ich gehe jetzt gleich hoch und winke einmal von oben. Ah ja. Einfach hinhalten. Dankeschön. So. Hallo! Ja? Ah, mir kommt dann die Idee. Was halten Sie davon, wenn ich dort drüben rüberfliege? Auf die andere Seite? Ich bin doch schließlich Superman! So, jetzt fliege ich da rüber. Ja, er hat bei dir gesagt, er springt jetzt. Wo und wo springt der denn? Springt der etwa runter? Ich bin doch nicht bescheuert. Unser Superman hat nämlich einen Doppelgänger. Achtung! Ich komme! Hier kommt Doppelgänger Nummer eins. Und auf dem gegenüberliegenden Dach wartet schon Nummer zwei. Sein Zwillingsbruder auch im Superman-Strampler. Ja. Haben Sie das gesehen? Ich bin geflogen hier. Sekunde, ich komme nachher wieder runter. Moment. Ich glaube, der wollte... Ja, ich weiß nicht, ob der jetzt drauf ist. Ich halte das Ding immer noch in der Hand. Haben Sie es drauf? Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Ich habe den... Das müsste ich denn ein bisschen... Haben Sie es denn gesehen, wie ich geflogen bin? Ja, das habe ich. Und was war jetzt das? Da oben ist er gekupft. Ach Gott, da war doch ein Fruchtbär. Nein, da oben hockt er. Jawohl, ich bin geflogen. Ich bin Superman. Ich komme sofort runter. Moment. Jetzt hat er da runtergekommen. Ah! Boah! Ah! Haben Sie es drauf? Ja? Das waren noch bestimmte 15 Meter, die ich da... Ja, ja. Eigentlich wollte ich auch das hohe. Aber dann bin ich vom Wind so ein bisschen rüber. Boah! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nee. Sowas filmen seien ihr auch nur in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Da sind Sie gerade mittendrin. Hier, da vorne haben wir eine Kamera drin. Und hier vorne, wenn Sie da noch mal hingucken, da haben wir auch noch mal eine Kamera. Dann können Sie da einmal reinwinken. Komm, einfach winkeln.